Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Ringfit, bei NoPayNoGain hier mit Invertmaster. Wir haben ja beim letzten Mal eigentlich den Boss platt gemacht, also so dachte ich zumindest. Aber ihr seht ja, wir haben da zwei Haken, aber er will halt noch auf die Schnut. Gut, 30 Minuten, ja, dann machen wir das halt einfach nochmal. Wo möchtest du ab Kampf beginnen? Wir sind da gerade schon hochgejoggt. Ich habe nur das Video eben unterbrochen. Aber ich dachte, was ist denn das jetzt hier? So. Ja, komm, hör auf zu sammeln, nicht machen wir fertig. Rein in die Squats. Hallo. Junge, das ist richtig. Und los geht's. Der Rücken bleibt gerade. Runter und die Knie nicht zu weit vor. Drücken den Plus-Knopf bei Bewegungsproblemen. Und los geht's. Die Knie nicht zu weit weg. You, der Rücken bleibt. Die Knie nicht zu weit weg. Hier wird noch nicht zu weit weg. Und jetzt schneller. Schön. Super. Okay. Weiter. Noch fünf. Toll. Noch drei. Super. Ganz toll. Noch einmal. Gut. Sehr gut. Der Hose rutscht schon wieder. Ja. Leicht in die Knie und spannend. Okay, wähle eine Übung. Ja, komm, das macht. Und los geht's. Für die Kraft bis in den Baum. Ja. Wie merke ich. Fantastisch. Gut. Du bist spitze. Gut. Was noch? Es gibt nur 15 Schaden. Super. Spitze. Eleganz. Okay. Spitzenklasse. Okay. Gut so. Jawohl. Ganz voll. Super. Schön. Toll. Superklasse. Weiter so. Prima. Schneller. Wunderbar. Okay. Superklasse. Prima. Jawohl. Noch fünf. Okay. Dranzleißen. Noch drei. Weiter so. Wunderbar. Noch einmal. Wahnsinn. Wasser trinken nicht vergessen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, das kann man. Oder? Nee, nee. Wein anziehen. Und los geht's. Der spitzt die Bauchmuskel an. Toll. Superklasse. Die Knie näher an die Brust. Warte. Da ist aber mein Bauch dazwischen. Drücke den Plusknopf bei Bewegungsproblemen. Oh. Oh. Ah, wow. Und Turbo. Genau. Drang bleiben. Spitze. Weiter so. Noch fünf. Weiter. Prima. Noch drei. Weiter so. Genau. Noch einmal. Toll. Toll gemacht. Steht wieder auf, aber keine Eile, ja? Leute, das ist so warm. Den Bauch stärker als die Arme. Es geht noch weiter. Weiter. Wähle eine Übung. Stuhlhaltung. Junge. Was möchtest du jetzt von mir? Muss ich mich da ein bisschen drehen? Also ein ganz bisschen ungenau ist das ja manchmal, ne? Oder? Alter. Junge, das ist doch in der Hocke. Hallo. Hallo. Ich kann nicht höher. Langsam beugen. Langsam beugen. Und langsam zurück. Nicht seine Mobilität überschreiten. Alter, Vater. Das war klasse. Oh. Okay. Ich sollte es vielleicht eben lesen, aber... Deine Herzen. Sei vorsichtig. Dann machen wir das nochmal. Ich beglitsch das, ne? Und los geht's. Ich komme nicht in die Nacht. Okay. Perfekt. Okay. Super toll. Gut. Schnitzel. Ganz toll. Wunderbar. Genau so. Spitze. Super. Super klasse. Super. Spitze. Oh Mann. Super toll. Okay. Perfekt. Prima. Du bist spitze. Genau so. Spitzenklasse. Jawohl. Vollgas. Okay. Ganz toll. Super klasse. Schön. Okay. Noch fünf. Okay. Okay. Super. Jawohl. Noch einmal. Adelung. Deine Herzen. Sei vorsichtig. Alter, der ist so heftig, Mann. Komm, ich mach ihn mit Swats fertig. Komm, ich mach ihn mit Swats fertig. Und los. Die Zeh nicht nach innen. Runter und die Knie nicht zu weit vor. Drücke den Plus-Knopf bei Bewegungsproblemen. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Also, das passt. Und nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Ja, ja. Sammle in der Hocke-Energie. Ich bin in der Hocke... Ja, hier haben wir einen Puls. Den rechten Daumen bitte wie gezeigt auf die IR-Kamera legen. Ja, habe ich schon. Die Messung läuft. Bitte nicht bewegen. Fast, Mann. Ziemlich genau. Geil. Alter. 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 Das war nur 38... Alter. Oh. So, ich muss hier dringend speichern. Nicht, dass wir das nochmal machen. Ja, du bist schwach. Danke. Oh. Dass du dich mit diesem neumal klugen Flabbermau dort eingelassen hast. Das wirst du noch bereuen. Tschüss. Da jetzt ist da ein Pfeil hin. Nein, haben wir das beim letzten Mal nicht gemacht, ne? Oh, nein. Oh. Ja, danke, Mann. Danke. So ein Verstauber ist keine Zeit. Ja, ja. So ein Nachbarland. Okay. Kurzen Teaser. Der Anfang. 100%. Alle Missionen. Zack. Und das nächste Mal, Leute, sehen wir uns in... Äh... Freude aufhören. Ja, wir machen ja im neuen Video weiter. Das Land der Nacht. Kapitel 2 sehen wir uns... Nächsten Sonntag hier auf Invermaster Plays. Euer Marcel. Wuhu. Wir machen ja auch sehr gut. Wir machen ja das Handy. Wir machen ja schon mal hin. Wir machen ja Large. Untertitelung des ZDF, 2020